So fühlt sich also ein Sieg an. Wolfsburg gewinnt gegen Bremen mit 2 zu 0. Im Grunde natürlich beim Spiel, es war immer noch nicht alles super, aber ich fand persönlich aus meiner Sicht aus, man hat viel mehr Plan erkannt, als es unter Kovac war. Und Hasenhüttel ist gerade mal 2 Wochen hier und hat auch eher, ich nenne sie jetzt mal die Schwächeren spielen lassen, also die, die nicht auf Länderspielreise waren, darunter eben auch Maillère und Wind waren auf der Bank und als die beiden reinkamen, hat man gesehen, da ist nochmal Qualität drin. Und wenn er mit denen jetzt arbeiten kann, einen Plan reinkriegt, dann glaube ich, wird das nochmal viel besser aussehen, aber vor allem, wenn ich die Passquote sehe, die bei über 85% liegt, das gefällt mir persönlich. Und ja, sicherlich hat auch die rote Karte mit reingespielt von Bremen, aber für mich eine klare rote Karte und die für Lacroix kann man hinterfragen, aber ich sage auch einfach, es ist einfach dumm gemacht von Lacroix, aber man hat gewonnen, also alles gut.